Moin Morino hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal MorinoLM und heute spielen wir eine weitere Runde Stumbleguides und wir sehen hier Stumblepass Belohnung zufälliger Skin oder ein besserer Skin. Mal sehen was wir bekommen. Los geht's. So. Komm. Irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Komm. Episch. Episch. Bleib auf dem Epischen. Jawohl. Das sieht doch sowas von gut aus. Ist das ein neuer Skin? Ich gehe mal auf jetzt ausrüsten. Wir hatten ja, man konnte sich ja hier im Shop, das ist jetzt weg, weil ich es schon, äh, gekauft habe, für fünf Gems, äh, sich, äh, diesen legendären, diesen legendären Skin hier kaufen. Aber ich hier, das ist meine erste wirklich gut gezogene. Ich glaube, den nehme ich jetzt erstmal. Und dann, let's go. Ich spiele wieder mit Controller. Und, ja. Dann geht's jetzt los. Gut. So. Jungle Roll ist die erste Runde. So, perfekt. So. Einmal hier rum. Zack. So. Jetzt marschieren hier, schon hier drauf. So. So. Einfach hier drüber springen. So. Ah. Schaffe ich das noch? Ja, das schaffe ich. Nein. Aber ich bin trotzdem drüben. Ich habe einfach Stumble Guys ausgetrickst. Stumble Guys hat so viele Bugs. Ach. Ich gehe einfach hier außenrum drüber rein. Weil ich beziehe jetzt ab. Mal sehen, wie wir jetzt hier noch zuschauen können. Ja, so. Äh, nee. Den Fußballer. Der versucht es hier auch krampfhaft. Aber hat es nicht geschafft. Gut. Noch 16 Spieler verbleiben. Mal sehen, was wir jetzt, äh, von der Map kriegen. Gut. Als nächstes. Rocket Rumble. Rocket Rumble mag ich ja gar nicht. Ich mag generell Teamspiele nicht so. So. Gib mir die Fahne. So. Gut. Da können wir hingehen. Nein. Er kommt. Tschüss. Äh. 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 Ich wurde weggeschleudert. So. Oh, ich habe meinen Teamkameraden getroffen. Komm. Ich hole mir die Fahne. Nein. Die da drüben. Tschüss. Komm. Äh. Äh. Ist der auf K? Kann ich ihn runterschicken? Äh. Ja. Äh. Äh. Warum, warum gehört den da? Warum gehört es denen? Ne. Das ist auf unserer Seite. Wir haben ja eine ganz schlechte Mannschaft. Das ist ja eine ganz schlechte Mannschaft. Wir haben nur drei Fahnen. Und noch 40 Sekunden. Nur noch. Ich habe ihn. Nein. Ich wollte da drauf. Wir haben erst drei Fahnen. Nicht dein Ernst. Geh. Geh. Wieder weg. Nein. Tschüss. Das ist unsere Fahne. Oh. Es wird knapp. Nein. Okay. Das war es dann wohl. Mit der Runde. Wir gehen aber direkt in die nächste Runde rein. Nein. Direkt nächste Runde. Los geht's. So. Was bekommen wir von der Map? Bin gespannt. Und. Tile Fall. Ja. Also. Tile Fall. Einfach die anderen vorlassen. Ich gehe jetzt einfach mal. Nein. Wie viel. Oh. Ich hatte gerade so Pech. Gut. So. Einmal da drüber. Nein. Okay. Das sieht. Es sieht sehr schlecht aus. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Okay. Es war's. Tschüss. Die Runde habe ich nicht geschafft. Wir müssen direkt in die nächste Runde gehen. Was? Okay. Ja. Verlass. Verlassen. So. Ja. Perfekt. Nächste Runde. Äh. Komm. Ich will doch noch eine Krone holen. Oh. Pain Splash. Pain Splash ist nicht schwer. Das könnte ich sogar schaffen. Oh. Und da spawne ich genau hinten. Zack. Äh. Schnell. Gut. Einfach nach vorne springen. Hier kann ich einfach außenrum springen. So. Da drauf. Da drauf. Da drauf. So. Jetzt sind wir hier. Dann nehme ich natürlich einfach eine klassische Abkürzung. So. Jetzt sind wir hier. Nein. Nein. Gut. Das war ja jetzt gerade echt blöd. Ich will doch die Abkürzung wieder nehmen. Wie viel Pech. Oh. Komm. Dann gehe ich jetzt. So. Wir haben es doch noch geschafft. Oh. Oh. Die sind aber noch weit weg. Beeil dich. Ne. Das schafft er glaube ich nicht mehr. Ne. Das sieht schlecht aus für ihn. Ja. Okay. Runde vorbei. Hat er nicht mehr geschafft. Das heißt wir sind weiter. Mal sehen ob wir diese Runde noch gewinnen. Wie lange wollen die denn noch tanzen? Die können doch auch ruhig schon weitermachen. Gut. Weiter. Weiter. Und. Block Dash. Ich liebe Block Dash. So. Ich versuche mal die unteren. Weil darin bin ich noch. Okay. Ich hätte es geschafft. Den unteren zu kriegen. Okay. 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 Gut. Einfach durch. Gut. Oh nein. Der Superguy da vorne. Da vorne einfach runtergesprungen. An ihn würde ich einfach sagen GG. Gut. Qualifiziert. Nächste Runde. Let's go. Das Finale schon. So. Mal sehen ob wir das Finale jetzt gewinnen. Bin gespannt. Warum tanzen die denn da jetzt gerade immer so lange? Gut. Ich würde mir am liebsten jetzt Superslide wünschen. Und es kommt Honeydrop. Gut. 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 Wir versuchen jetzt hier natürlich so lange wie möglich zu überleben. so. Bin ich jetzt gerade noch der Einziger auf der Höhe? Kann das sein? Nein! Nein! Wie viel Pech! Da falle ich einmal runter und direkt in die Brühe. Gut. Wer hat jetzt hier gewonnen? Wer hat hier gewonnen? Und? Adrix. 118. Adrix 118. Glückwunsch. Und damit bin ich raus. Ciao. Ciao.